Merk ich noch was? Merk ich mir noch was? Wie war die Frage nochmal? Ich streng mich an. Ich runzel die Stirn doch dahinter. Studio-Session mit Balbina. Die Newcomerin aus Berlin hat gerade ihr zweites Album veröffentlicht. Augenblick, jetzt erinnere ich mich daran, dass ich entsetzlich vergesslich bin. Die Drehbücher für ihre Videos schreibt sie selbst. Der visuelle Aspekt bei meiner Kunst, wenn ich das so nennen darf, ist mir sehr, sehr wichtig. Also ich mache meine Lieder, aber der nächste Schritt ist, ich möchte sie visualisieren. Und wenn ich sie visualisiere, dann denke ich mir ganz viele Bilder aus, die ich gerne darstellen würde. Und da ist natürlich so wie die Requisite, die ich dann im Video benutze oder eben die Farben oder eben Menschen, die darin stattfinden, ist natürlich dann auch sehr, sehr wichtig, was ich darin trage. Weil das ja auch eine Projektionsfläche ist und man damit auch viele Eindrücke halt schaffen kann. Für die Umsetzung hat sich die Musikerin mit der Modedesignerin Susann Boslau zusammengetan. Es gibt eine Szene im Pool bei dem Video Goldfisch, wo Melonen im Wasser schwimmen werden und sie wollte unbedingt Melonen auf seinem Kleid drauf haben. Und das habe ich natürlich für sie umgesetzt. Wir haben die Farben besprochen, wie das aussehen soll und dadurch, dass sie dann im Pool liegt, habe ich halt die Klamotte dann so angepasst, dass die Sachen zum Beispiel halt einfach dann im Wasser mitschwimmen und ein bisschen aufgehen, dass es einfach wirklich Fläche bietet. Dass es so ein bisschen so eine Tulpe aussieht. Richtig, genau, dass es so ein bisschen aufgeht und im Wasser einfach schön aussieht. Ich finde beides cool. Also ich finde, das kann ich zu nichts Legerem tragen, wenn ich jetzt einen Termin habe. Aber wenn ich jetzt auftrete und wir einen Neopren-Oberteil haben, dann kann man das auf jeden Fall mit den Dingern machen. Dann ist es super. Das ist echt cool. Ich mache die einfach so einen zweiten Rock davon mit den Flügeln quasi. Ja, eigentlich fühle ich es auch ganz cool so. Ich finde es cool. Sex sells, das gilt auch für Musik, gerade bei Popsängerinnen. Balbina will einen anderen Weg gehen. Auffällig ja, viel nackte Haut und verführerisch nein. Ich mag klare Strukturen, ich mag eindeutige Farben und ich bin minimalistisch sehr geprägt. Also ich mag nichts Überladendes. Ich mag lieber kantiges und großflächiges, aber nichts Verspieltes, nichts Weiches. Über das Grübeln heißt Balbinas neues Album. Ab Mai geht sie als Support von Herbert Grönemeyer auf Deutschland-Tournee. Ich mag nicht nur glücklich. Nur ich glänz' nicht so schön wie du. Nur ich glänz' nicht so schön wie du. Untertitelung des ZDF, 2020